Also wir sind sehr, sehr weit mit dem Album. Es ist sehr, sehr gut geworden. Sehr krass. Also das wird auf jeden Fall eine geile, lustige Sache. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ihr werdet euch auch drauf freuen. In jedem Moment kann es losgehen. Davor wird es noch eine andere große Single geben mit einem anderen Künstler. Ja, und die wird euch eigentlich schon mal so, also die, wie sagt man, kann euch schon mal so in das Albumfeeling so einleiten, sage ich jetzt mal. Ist schon ein bisschen wegweisend. Ansonsten, ja, ich kann das jetzt eigentlich auch sagen. Also wir sind in der Planung. Wir wollen eine zweite Staffel Instalent auch wieder an den Start bringen. Und diesbezüglich, also sind wir in der Planung. Da will ich nichts dazu sagen. Ich hoffe es, dass wir es ungefähr zur selben Zeit wie im letzten Jahr machen. Wir haben jetzt noch vielleicht einen Monat Albumarbeit. Und vielleicht ist dann auch schon die erste Single draußen. Und wir arbeiten auf Hochtouren. Also wirklich, wir haben echt einiges für euch vorbereitet. Ich freue mich auf euch. Und ich zähle auf euren Support. Instalent, wie gesagt, Staffel 2. Wir versuchen das an den Start zu bringen. Mit Knäle, wenn der lieb ist und seine Schule vernünftig macht. Ich muss mir jetzt mal sein Zeugnis anschauen. Wenn das gut war, dann machen wir das auf jeden Fall, bringen wir das an den Start. Ansonsten, Album, den Namen des Albums, den weiß ich noch nicht. Aber das weiß ich in zwei Wochen, spätestens in drei, müsste ich es wissen. Also liebe Künstler, geduldet euch. Wenn ihr rappen wollt, haltet eure Part zurück.